Germany's Power People. Dahinter steckt ein Wettbewerb, initiiert durch die Verlagsanstalt Handwerk in Düsseldorf. Seit sieben Jahren sucht Germany's Power People, kurz GPP, Handwerkerinnen und Handwerker mit Ausstrahlung. Es geht um Lebensfreude und um die klare Botschaft, sich mit dem Handwerk und dem ausgeübten Beruf zu identifizieren. Aus der großen Zahl an Bewerbern werden dann 24 Handwerkerinnen und Handwerker zum Fotoshooting nach Düsseldorf eingeladen. Die Bilder werden anschließend in einem Kalender abgedruckt. Die Atmosphäre am Set ist familiär und entspannt. Profis sorgen für die richtige Inszenierung im Rampenlicht. Natürlichkeit steht im Vordergrund. GPP produziert keine neuen Ansichten einer Person, sondern setzt Stärken, Typen und Charaktere in Szene. Zum siebten Mal findet GPP in diesem Jahr statt. Vertreter aus dem Kammerbezirk Koblenz konnten in der Vergangenheit gut abschneiden. Und mit Dachdeckerin Sonja Theisen stellte das nördliche Rheinland-Pfalz 2013 sogar eine Siegerin. Und auch 2017 geht mit Julian Blickhäuser wieder ein Kandidat ins Rennen, der, wenn alles optimal läuft, Mr. Handwerk werden kann. Doch dafür muss Julian, der sich als Fliesen, Platten und Mosaikleger aktuell bei der Handwerkskammer Koblenz auf die Meisterprüfung vorbereitet, zunächst das Halbfinale schaffen und es unter die letzten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten schaffen. Ich bin der Julian, bin 22 Jahre alt, komme aus Betzdorf, bin Fliesen, Platten und Mosaikleger, mache im Moment eine Weiterbildung zum Meister. Und ich will Mr. Handwerk werden, weil ich es kann. Also votet für mich. Ab 1. Dezember heißt es dann Stimmen sammeln. Unter germany-powerpeople.de läuft bis Ende Februar das Voting für das Finale. Hier braucht Julian jede Stimme und hofft auf eine breite Unterstützung. Das große Finale findet dann am 8. März 2017 auf der Internationalen Handwerksmesse in München statt. Die bisherigen Erfahrungen fasst GPP-Teilnehmer Julian so zusammen. Eine richtig gute Erfahrung. Also man hat viel mitgenommen von dem Tag. War spannend, aber auch anstrengend, muss ich sagen. Doch ganz zufällig ist es nicht, dass der Westerwälder Fliesenleger am Wettbewerb teilnimmt. Die Junior-Chefin des Unternehmens Heukäufer stand bereits 2016 vor der Kamera und hat durchweg positive Erfahrungen gesammelt. Es war eine super schöne Erfahrung. Ganz tolle Leute haben mitgemacht. Ich hätte auch nie gedacht, so weit zu kommen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass der Julian Interesse hat, damit zu machen. Und dass er dann wiederum so weit kommt. Was danach kam, ein paar Zeitungsartikel, ein super positives Feedback von Kunden. Also rundum eine super Geschichte. So fiel die Entscheidung für Mitarbeiter Julian etwas leichter, nun in die GPP-Spuren seiner Chefin zu treten. Wobei sogar die Mutter ihren Beitrag leistete. Die Lena hat ja letztes Jahr da mitgemacht. Und dann kam die Mama zu mir und hat mich angesprochen, ich sollte mich auch mal da bewerben. Und so ist er dann zustande gekommen. Dann habe ich eine Bewerbung abgeschickt mit dem Foto. Und dann kam das Voting und danach schon die Einladung und der Anruf nach Düsseldorf. Und Lena Heukäufer ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen, mitzufahren zum Termin für das Kalendershooting in Düsseldorf. Klar, Neugierde, was für Persönlichkeiten dieses Jahr da sind. Aber einfach auch die Veranstalter, die Leute. Das ist so ein familiäres Verhältnis dort gewesen, auch in München. Einfach die nochmal zu sehen. Und dann habe ich mir den Tag mitgenommen und bin mitgefahren. Gleich zweimal in Folge Kandidaten aus einem Handwerksbetrieb. Das hat es in der Geschichte von Germanys Power People bisher noch nicht gegeben. Es schließt die Nachfrage ein, ob bei Heukäufers gewisse Einstellungskriterien auf den Wettbewerb ausgerichtet sind. Nein, absolut nicht. Also wir freuen uns, wenn die Leute Interesse an sowas haben und Spaß daran haben. Und das wird auch auf jeden Fall unterstützt. Aber es ist keinerlei Einstellungskriterium, bei solchen Dingen teilzunehmen. Also man sollte die Leute nicht dazu zwingen, von der Kamera zu treten. Bei allem, was nun folgt, heißt es Daumendrücken für Julian Plickhäuser. Und natürlich ab 1. Dezember voten, voten, voten. Doch auch über den Wettbewerb hinaus gibt es für den Fliesenleger Plickhäuser einen klaren Plan. Denn im Frühjahr 2017 steht die Meisterprüfung an, für die er gute Gründe nennt. Dazu gekommen ist es einfach, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht auf dem Stand nach der Gesellenprüfung wirklich 20 Jahre bleiben. Man lernt zwar immer dazu, aber mich wirklich noch weiterbilden. Und die Ziele danach, die sind noch ganz offen. So heißt es nun, büffeln und die Meisterschulbank drücken. Parallel trägt Julian bei Germany's Power People eine klare Botschaft vor. Er ist mit Herz und Seele Handwerker und stolz auf seinen Berufsstand. Wie auch das Unternehmen, in dem er arbeitet und das ihn bei der Meisterprüfung wie auch auf dem Weg zum Mr. Handwerk unterstützt. Dabei viel Erfolg!